Willkommen! Um die neuesten Entwicklungen und exklusiven Berichte über den Krieg, der von Israel geführt wird, nicht zu verpassen, können Sie unseren Kanal abonnieren. Israel kämpft nicht nur im Gazastreifen gegen pro-iranische terroristische Kräfte, sondern an vielen strategischen Orten im Nahen Osten. Einer dieser Orte ist Syrien. Dort versuchen terroristische Kräfte, die von der Regierung in Teheran unterstützt werden, Anschläge gegen Israel zu unterstützen. Die terroristischen Kräfte erhalten häufig iranische Unterstützung von den syrischen Flughäfen Damaskus und Aleppo aus. Von den Golanhöhen aus, die nahe der Grenze liegen, führen die vom Iran unterstützten Gruppen dank dieser Unterstützung ihre terroristischen Aktivitäten durch. Seit Beginn des Krieges hat Israel jedoch zahlreiche iranische Militärziele in Syrien angegriffen. Darunter waren auch Luftwaffenstützpunkte in Damaskus und Aleppo. Die jüngsten Angriffe Israels in dem Land erfolgten erneut auf dem internationalen Flughafen von Damaskus. Die IDF Luftwaffe hat den Flughafen von Damaskus, eines der wichtigsten Logistikzentren des Iran, erneut mit F-16 Kampfjets beschossen. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete unter Berufung auf eine militärische Quelle, israelische Kampfflugzeuge hätten von den nördlichen Quellen berichteten, dass der Flughafen erheblichen Sachschaden erlitten habe und außer Betrieb genommen worden sei. Die israelischen Angriffe erfolgten nur wenige Stunden nach der Aufnahme des Flugbetriebs am Flughafen Damaskus. Mit anderen Worten, die IDF Luftwaffe hatte die neuen Terrorprojekte des Irans auf diesem Luftwaffenstützpunkt beendet, bevor sie überhaupt begonnen hatten. Wie kam es also dazu, dass der Luftwaffenstützpunkt in Damaskus, der Wiederholziel von Rakettenangriffen war, ernaut von der IDF angegriffen wurde? Berichten zufolge ist dieser Luftwaffenstützpunkt hauptsächlich mit russischen Panstir-Luftabwehrsystemen ausgestattet. Russland hat in jüngster Zeit S-300 und S-400 Luftabwehrsysteme auf den Luftwaffenstützpunkten Damaskus und Aleppo und anderen strategischen Militäreinrichtungen in Syrien stationiert. Es gab eine russische Einsatzzentrale, die diese Systeme und den Prozess ihres Transports und ihrer Stationierung in verschiedenen Gebieten kontrollierte. Nach Beginn des Krieges zwischen der israelischen Armee und der Terrororganisation Hamas soll die russische Einsatzzentrale die Luftabwehrsysteme Panstir sowie die Luftabwehrsysteme S-300 und S-400 in Syrien, insbesondere in der Nähe der Luftwaffenstützpunkte Damaskus und Aleppo, stationiert haben. Für Israel war dieser Flughafen eines der Hauptziele für iranische militärische Ressourcen in Syrien. Der jüngste Angriff der israelischen Armee auf den Luftwaffenstützpunkt Damaskus hat jedoch gezeigt, dass die russischen Luftabwehrsysteme in Syrien völlig nutzlos sind. Die Tatsache, dass derzeit kein Flugzeug von Damaskus aus starten kann, wird als Übertragung des Versagens der russischen Luftabwehr in der Ukraine auf Syrien gesehen. Mit diesen kritischen Schlägen hat Israel andererseits nicht nur den pro-iranischen Terrorkräften einen schweren Schlag versetzt, sondern auch Teheran gezeigt, dass es in Syrien trotz der russischen Luftabwehrsysteme nicht machen kann, was es will. Warum also verbündet sich Russland mit dem Iran und welche Rolle spielt Russland in der Nahostkrise? Russlands Reaktion auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas hat bisher keine nennenswerten Auswirkungen auf den Konflikt oder auf die internationalen politischen Reaktionen auf den Konflikt gehabt. Die Hamas-Terrorgruppe hat jedoch dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ihre Wertschätzung für die unterstützende russische Haltung zum Ausdruck gebracht, nachdem Russland und Israel einen russisch-israelischen Doppelbürger freigelassen hatten. Dies war nicht Teil der formellen Vereinbarung zwischen Hamas und Israel. Selbst wenn Moskau eine wichtige Rolle angestrebt hätte, sind die Möglichkeiten Russlands, Einfluss auf den Konflikt zu nehmen, zweifellos geringer geworden, da es sich auf seine eigenen Kriegsanstrengungen gegen die Ukraine konzentriert. Dies hat Russland dazu veranlasst, erhebliche militärische Ressourcen von Operationen im Ausland an die Heimatfront zu verlagern. Eine solche Strategie hat Russland weder in Syrien noch in der Ukraine Erfolg gebracht. Neben Russland ist auch der Iran von dieser Situation direkt betroffen. Wenn wir uns ansehen, wo der Iran in diesen Auseinandersetzungen steht, können wir feststellen, dass Teheran versucht, hinter den Kulissen ein Marionettentheater zu betreiben. Vor kurzem erklärte der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullayan gegenüber dem katarischen Fernsehsender Al Jazeera, dass der Iran in den regionalen Konflikten der letzten sechs Wochen zahlreiche Botschaften von den Vereinigten Staaten erhalten habe. In dem Interview bezeichnete Amir Abdullayan diese Angriffe als die natürliche Reaktion terroristischer Organisationen in der Region, die er als Widerstandskräfte bezeichnete. Amir Abdullayan behauptete dann, dass die terroristischen Gruppen im Irak, im Libanon und Enerswo in der Region die wahren anti-amerikanischen und anti-israelischen Volkskräfte seien, ohne zu erwähnen, dass die iranischen Revolutionsgarden große, Geldsummen für die Schafung und Unterstützung dieser Gruppen ausgegeben hätten. Aber es war alles klar. Fast überall im Nahen Osten stachelte der Iran anti-israelische terroristische Kräfte an und zwang sie, sich gegen die israelisch-amerikanische Allianz zu wenden. Obwohl Israel mit seinem jüngsten Angriff auf Damaskus versucht hat, dieses Spiel zu durchbrechen, hat der Iran nicht aufgehört, diese Terrorroute zu nutzen. Eine der prominentesten Figuren in diesem Prozess war der oberste Führer des Iran, Khamenei. Khamenei beglückwünschte zunächst die Hamas zu ihrem Raketenangriff auf Israel und gab der Terrororganisation seine volle Unterstützung. Als jedoch das amerikanisch-israelische Bündnis allmählich die Kontrolle im Nahen Osten zu übernehmen begann, war er gezwungen, einen Rückzieher zu machen. Zuletzt erklärte Khamenei der Hamas, dass sie ihn vor dem Start der Angriffe nicht informiert habe. Aus diesem Grund erklärte der iranische Führer, er werde die Hamas nicht direkt unterstützen. In dem Versuch, die Politik Khameneis zu bremsen, haben drei Teheraner Regierungsbeamte erklärt, dass die politische Unterstützung für die Hamas fortgesetzt werde. Irans Strategie führt das Land und Russland jedoch in einen tiefen Sumpf im Nahen Osten, insbesondere in Syrien. Woher kommt also die verräterische und gescheiterte Politik des Irans gegenüber Israel und den USA? Khamenei, Irans ehemaliger religiöser Führer, hat jahrelang seinen Hass gegen Israel geschürt. Khameneis antisemitische Themen wurden von seinen beiden wichtigsten Schülern, dem ehemaligen Präsidenten Akbar Hashimi Rafsanjani und dem pragmatischen Kleriker und derzeitigen obersten Führer Ali Khamenei aufgegriffen. Rafsanjani und Khamenei gaben 1993 grünes Licht für den Bombenanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Buenos Aires, bei dem 85 Menschen getötet und 300 verletzt wurden. Die Leugnung des Holocaust ist also eine natürliche Folge dieser Mentalität. Khamenei ist der kreativste Erfinder solcher Geschichten durch das Regime. Khamenei hat im Iran eine Hasspropagandamaschine aufgebaut. Iranische staatliche Institutionen veröffentlichten routinemäßig die berüchtigten Protokolle der Führer von Sion und andere antisemitische Pamphlete. Führende Politiker des Regimes, darunter Khamenei, trafen sich regelmäßig mit westlichen Holocaust-Leugnern auf staatlich genehmigten Konferenzen, in Teheran. Der 2006 von Khamenei ins Leben gerufene internationale Holocaust-Karikaturen-Wettbewerb vergab Preise für antisemitische Kunst. All dies zeigt, dass der Iran im Friedensprozess im Nahen Osten stets den Extremismus begünstigt hat. Nach diesem Urteil hat der Iran ablehnende Terrorgruppen wie die Hamas, den palästinensischen islamischen Dschihad und die Hisbollah gefördert und bewaffnet. Das Teheraner Regime hat die Hisbollah wiederholt ins Ausland geschickt, um nicht-israelische Juden anzugreifen. Die ständigen Angriffe des Irans auf Israel mit Hilfe dieser terroristischen Kräfte sollten das israelische Volk demoralisieren, seine Streitkräfte diskreditieren, seine Politik spalten und vor allem den Exodus seiner Besten und Klügsten provozieren. Israel hat jedoch nicht zugelassen, dass der Iran eine solche Propaganda des Terrors und des Chaos im Nahen Osten betreibt. Die Angriffe der Idf-Luftwaffe über den Golanhöhen sind einer der gräfbarsten Bewäse dafür. Die amerikanischen Sistreitkräfte im Roden Meer, im Golf von Aden, in der Straße von Hormuz und im persischen Golf sind eine weitere Abschreckung für den Iran. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die amerikanisch-israelische Zusammenarbeit derzeit Irans Schattenspiele in vielen strategischen Gebieten des Nahen Ostens, insbesondere in Syrien, aufdeckt und durchkreuzt und alle Pläne Teherans in diesem Gebiet durchkreuzt. Die von unserem Team mit den neuesten Entwicklungen an der Front und exklusiven Berichten über den von Israel geführten Krieg und alle Konflikte im Nahen Osten vorbereitet werden.